Werke, ich weiß nicht, Freitag ist noch ein bisschen 16 Uhr oder was? Wollen wir jetzt eine Münze werfen und in welche Richtung wird jetzt hier jetzt? Woh lang ist es gleich schmeißen? Lehrer-Schülerbetrieb. Wir probieren mal, ob es funktioniert. René hilft und Tommi ein bisschen mit einfliegen. Starten wird René. Ich fasse mich. Ja, ich fasse mich. Warte, ich fasse mich wieder. Ich fasse mich. Ich fasse mich wieder. Ich fasse mich wieder. Ich mach mal Gas auf Halt. Gas auf Halt. Warte. In einer Geraden überhebe ich ihn hier. Und hoch. Warte, dann komm ich hier vorbeigeflogen und dann nehme ich ihn hier. Und Steuerung. Hast du das? Ich bin oben lang in die Nase. Weißt du? Ja. Okay, das gefällt dann. Hab ich. Hast du abgefahren? Ja. So. Cool gemacht. Hab ich schon gesehen. Der kam hier zu steil. So. Und eins. Zwei. Hast du. Die Nase oben lassen. Ja. Okay. Die Nase oben lassen. Die Nase oben lassen. Ja. Dann haben wir auch noch mehr. Ja. Bisschen. Das ist alles. Bisschen. So. Ja, das ist gut. Na gut? Willst du landen oder ich lande? Ne, mach du mal. Kappen. Pass auf, du hast eine Schnur dran. Ja, stimmt. Und hochschalten auf die dritte Stufe. Lass ihn kommen. Na ja, jetzt lassen wir Ausland dahin machen. Wie viel? Wie viel. Grober. Hö 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 Hö. Hö 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 Wie viel zu landen? Ja, danke. Das war's. Einmal hat den Brink aus dem Lennsch an. So, der Brink aus dem Lennsch an Statt und die Statt aus dem Lennsch an